Sie nutzen an Ihrem PC bereits einen Kopfhörer? Dann rüsten Sie ihn doch einfach zum Headset auf. Dieses praktische Mini-Mikrofon macht's möglich. Den Mikrofon- und Kopfhörerstecker des Mikrofons verbinden Sie einfach mit Ihrem PC. Der Kopfhörer kommt an die entsprechende Buchse des Mini-Mikrofons. Damit das Mikro richtig sitzt, befestigen Sie es mit dem praktischen Clip an Ihrer Kleidung. Schon können Sie, wie mit einem normalen Headset, komfortabel telefonieren und chatten. Das Mini-Mikrofon erspart Ihnen den Kauf eines Headset und bietet doch dessen Komfort. Da muss man nicht lange überlegen. Kaufen!